Was heißt denn, warum hast du kein Pult oder geschenkt? Lass mal jetzt alle, lass mal alle raus, kein Leftner. Lass mal depleten ihr. Scheiße. Stinkt mir schon wieder alles. Das ist Paul, die Kacke, die er sich ins Gesicht geschmiert hatte. Mann Kacke. Das ist Marie, ist halt... Das kann ich ja nix für, Digga, hä? Wer weiß, was die ist, Mann. Wer weiß, was die ist, Mann. Geil, bitte. Hüp. Ah, geht doch durch! Oh, tschüß, Lahn, ich hab Bock auf Süßkram. Achso, brich halt einfach ab, danke. Püsst, gut. Der kann sich einfach hinlegen. Ach, ich hab hier noch nicht. Ich krieg an meine Nase läuft, wenn ich Corona hab. Ich schwör auf mein Leben, es läuft mir so die Nase runter, fuck mich das ab. Genau. Eigentlich... Eigentlich... Ich geh dann immer nur ein Stück und, äh, geht dann auf die andere Seite. Ja, alles gut. Ich wollte grad sagen, weil es will eigentlich immer in Laufrichtung bleiben. Ja, okay, ich hab ein Trinkhaus gefunden, muss mich gar nicht so was gegenhören. Gar nicht. Das ist langweilig. Ich möchte bitte gehen. Na, ich geh immer zu früh anscheinend, äh, hinter die Mauer. Digga, mein Kopf. Big guy. Wo ist mein Kopf, Mann? Der ist am Rennen, Mann. Der ist am Rennen, Mann. Der ist am Rennen dann. Am Rennen? Für... 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 Für Teer. Teer, ich lieb das so, wenn ich nichts abhabe. Das ist das beste Gefühl, liebe ich auch richtig. Die Stelle hat aber wehgetragen. Ja, das ist halt die... auch kundige Zähne unbeugsam über ihn beugen weil ich hab so die Gyros Rübser ich sag's dir das ist doch geil ein bisschen schön mit dem Tzatziki also ich sag's ganz ehrlich ich lauf den normal die normale Route alles gut du bist da denkst du tust die Route festlegen weil ich hab so die geben haben die anstacheln gegeben hat es einer beobachtet die Kleinen geben keine anstacheln das weiß ich auch fest dass wir durch zusammen der Große gibt aber die Kleinen sollten eigentlich sterben hier machen wir oben die Gruppe Martin einer kümmert sich um einer kümmert sich um ach ich weiß gar nicht irgendeine Kuppel und ich kümmere mich um das Lauffeuer also um den äh abgekickt du soll's dann nicht kick ne ab jetzt darf er ja naja jetzt darf er jetzt bin ich ihm nicht böse ja alter leck mich am Anfang das macht schade ich hab grad nix gekickt ne ich hab cool dann halt ich hab grad niemand hoch uuuh ja die macht die würde ich eigentlich gekickt haben ich hab nix ich hab nix ich hab nix ich hab nix 30 Stunden ich hebe mich direkt auf ne 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 oder auch nicht oh mein Gott kacke ne rennen lieber schnell ja 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 internups alles gut Hunter ich kann halt auch nix ich kann halt nix ich kann halt nix kicken dir what the fuck instant ja das Ding ist ein Ansturm je weiter du entfernt von ihm stehst so mehr damage macht's witzig dann hau mal runter der Hunter geht gleich raus save save call soll man seinen Arsch chillen zum Teufel ich find der geil interrupt wie viel hat der wie viel hat der gemacht gar keine äh null hot gas richtig doch ich pick am end des Dungeons fick ich seinen Arsch was ist bitte doch hab ich hab ich gecoot ne hab ich sonst hätt ich es jetzt noch besser gecoot ich hab nix ich hab auch gemacht ich brauch einfach mal ob das wir den zweiten gekriegt hab im Notfall noch ein CC Abbruch Ja, also das Umschlungen hier ist gerade wirklich ein bisschen seltsam. Boah, da musst du gegen einen. Na doch, wir machen die in der Mitte mit. Ich bin gerade mit tanken beschäftigt. Ich weiß nicht. Wenn ich das war, dann hast du immer mit Absicht. Ich krieg den, ich krieg den Giftschuss nicht. Ich krieg den, ich krieg den Giftschuss nicht. Pulldown. Ich hab nix. Ich hab auch nix. Jetzt kann ich wieder. Ja. Jetzt schau. Ich hab verhex gekickt. Kannst du PR? Ja. Achtung, wir rennen gleich in die nächste Gruppe hinten. Ich mach hinten das Potem. Ich mach erstmal die alten. Ich hab einen Massenstand. Ich hau kurz rein. Ja. 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 Hab Gift. Ja. 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 Das sind ja gar nicht lang. Ja. Ja. Ich mach eigentlich wie viel Zeit der Hunter hat oder dass der, dass er die ganze Zeit äh… Ich bin schlafen. Hint schlafen. hallo pet war es nicht da ich kann doch jetzt nicht stehen bleiben dass du jetzt schnell jetzt schnell kommt 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 den hast du mal ein auge wie viel der hand der interakt hat sehen wir gleich werden weil er schon wieder in der abgeschrieben hat bei der auto noch verwandelt der also nicht mehr ist gut war schon viel mit meinem griff ja schön im menschen das wird bei null prozent einfach kaputt gehen einfach kaputt noch weg hat er sieben interrupt sogar meine cc abbrüche stehen da nicht wirklich das warum was ist das denn für kacken details odin's zorn bluthorst wirbelwind ja das ist verkacken wir kacke ich bin jetzt bei 83 der hunter bitte da und mach weiter damit ich bin bei 35 14 18 nicht 30 aber ich kann ja ich mache jetzt cool und ihr könnt ballern ich kann nicht weil der alt zu mir springt ich komme ich kann das war ja bloß das ist die materie und die auf der zu mir springt er hat mir eigentlich schon gewundert was er bei dir will geht da kann er keine geht Hallo? Digga, kannst du mal wütend werden, bitte? Digga, ich hab keine Wut. Hallo? Hi. Hallo. Servus. Oh, Kurva. Klar, ich guck danach mal, ob ich dir einen Sehenstein geben kann, auch im Dungeon. Naja. Ah, okay. Was ist das? Ja, dann hast du halt den gleich für dich selber ready. Ich glaub, das ist vielleicht ganz sinnvoll. Das ist knackig hier. Sag ich dir sowieso erst. Ich denk mal, noch 5, 6 GS oder mehr. Was für GS? Ich hab 4,65. Ey, darf? 4,75 wäre schon gut. Man, dafür geht eigentlich, oder? Ja, geht aber. Ah, dafür ist not bad. Was besser ist, Junge. Wutfuck. Ich werde isch hier noch gemobbt. Ich bin auf der rechten, diese Hextrusse. Ich hab mal ein... Ich hab mal ein... Ich hab jetzt jetzt Abbruch, ging das eine durch? Wahrscheinlich. Die Kurze machen mir ja diese Woche eher weniger Sorgen. Sorry. Sorry. Sing's finished. Okay. I can't stay forever. Let's play with them. Okay, let's sleep. Ist ja nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich will den Hunter noch im Damage abziehen, der Bixer. Ist halt kacke, wenn man eine Klasse spielt, die nur drei Knüppel drücken muss, der gar im Damage macht. Bixer. Bevor du aber da vorne rein rennst, würde ich mich noch kurz hinsetzen wollen. Bitte müssen wir jetzt eh nicht machen. Willst du gleich noch die da vorne mitnehmen? Und dann zu fake love. Ich bin auf dem neuen. Bin jetzt auf dem neuen ready. Ich bin auch auf dem neuen. Bin Dauer ready. Mich nicht. Nur nur Dauer geil. Was? Ja, Dauer geil. Das ist viel, ich. Nee Fabian zu viel. Zu viel. Noch Doppelkick. Sehr gut. wir haben alle zusammengekackt ist das witzig also die truppe kriegst du jetzt noch hin oder ich bin auf dem hier hin ich bin auf dem neuen wirklich sorry dann an dich hunter ich bin auf dem alten noch noch neun ich habe auch keine zeit auf den dinge wahrscheinlich auch ist der schade glück mich nicht ist ja gut in time was hat er denn kein 20er plus 2 spielt das war mir schon klar digger also wenn wir 20er plus 2 spielen würde ich mir andere gedanken machen sag ich dir halt von real dann würde ich mir bei ww machen du rechst meiner sobald wir alles gut schafft wieder genug ich hebe mir massen kick von oben auf regeneriere ich pro angriff einen halben prozent ich bin gleich wieder voll ein feller schreckens der mann läuft da so mit der wichse quatsch ich auch nicht also ich hab gar nichts mehr die karte gerade geschluckt gehabt das ist das richtig böse an dk jetzt musst du eine fitze ja 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 sorry hast du 80 prozent Ich hab das Feld. Du kannst es rufen. Okay. alle bitte relativ nah beieinander stehen schatz doch ich habe es inzwischen noch mal das ist so ein satz der jetzt sterb ich na ja und wie wird mein handy tausendmal wir machen das dann so wir erstellen uns dann alle in charakter und nennen irgendwas mit kopf mit my cox big my cox wild my cox my cox tiny my cox things things ist gut und dann will er los für die zu jungen umschlägt man die spinne also na das nicht so madame also ich ist schon bereit bei mir bei mir in sieben sekunden bei mir auch scheint so ich muss mich ein bisschen ich muss mich ein bisschen ich muss mich ein bisschen Da rein, riskieren. Da kam ein Zerlöben der Schmerzen, jetzt ein Bezauberding. Ja, ja, ich hab das grad, ich hab grad auf andere Sachen geachtet, tatsächlich. Ein Schattenfuhrer ready zum Stunnen. Oh, tschüschladen. Da kommt's irgendwie so vor, als würde es immer mehr wehtun. Ja, ja. Ja gut, auf der Stufe sollte das auch wehtun. Boah, wär schon wär krass, wenn nicht. Ja, wie gesagt, da würde ich mir ums Tuning ganz tolle Gedanken machen. Was ist denn Tuning? Das mit den Autos. Das schmeißen ist kein Tuning. Hyro-Technik. Hyro-Technik. Ist doch kein Profession, was wir denn dafür kämpfen. Fabian, warum kennst du das auswendig? Also echt, what the fuck? Das sind wieder die ostdeutschen Läger. Schön hallischen FC zu gucken, Alter, beim dritten Ligaspiel. Nee, ich muss mich outen. Einmal bitte Mr. Cox. RIP. GG, Jungs, der stirbt. Ja, aber... Kann nix mehr ziehen. Es sind... Uns fehlen 33 Sekunden für ein Plus-2. Los. 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 Los.